Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nein, Britta war anders. Britta wollte immer Schauspielerin werden, wenn sie immer groß ist. Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu Claudio? Normalerweise habe ich Britta immer mittags mit dem Ratsch... Britta wollte immer Schauspielerin werden, wenn sie immer groß ist. Kleine da unten. Nein.